Hallo liebe Freunde, da sind wir wieder bei Outlast und ja, ich muss ja vor dem Hampelmann hier weglaufen und ich hab grad keine Ahnung wo der ist. Oh da. Oh scheiße. Er hat mich nicht getroffen, nicht getroffen, nicht getroffen. Nein, das hier muss ich nicht. Tschüss. Oh nein. Au. Nicht nochmal treffen. Lass mich weg. Ach verdammt. Hacke. Nimm dir dein scheiß Bein und steck es dir sonst wohin. Blöde Sau. Verdammt, jetzt kann ich driss hier noch mal machen. Scheiße. Nein, da muss ich hin. Was? Nein, du weißt gar nicht wo ich bin. Oh, ich kann das voll nicht einsortieren, wo das Geheule von dem herkommt. Und hier in die Tür rein. Sieht nicht so aus. Aber verdammt, wo muss ich denn hin? Hm. Schönen, irgendwo. Oh, da ist er. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Was? Scheiße, du dummes Arschlopf, weg. Lass mich in Frieden, lass mich in Frieden. Oh Mann, ey, ich hab eigentlich keinen Plan, wo ich hin muss. Ich versuch's mal, ihn mit hier rüber springen. Oh. Okay. Nix leichter als das, wa? Oh Mann, ey. Oh Mann, ey. Die Stufen sind alle noch da, sehr gut. Hier nicht. Oh oh. Ah ne, falsche Taste. Nein. So, dann versuchen wir's nochmal, ne? Oder komm ich hier hoch? Von da aus? Nein. Mann. Boah, das könnte weh getan haben. Folge der Blutspur. Noch eine Batterie, sehr schön. Follow the blood. Okay, neue Batterie rein. Mal gucken, was mir mit dem Martin jetzt, äh, mit dem Pfarrer Martin jetzt, äh, blüht. Ne, da geh ich da nicht lang hier. Ich soll den Blut für, äh, spüren, äh, doch folgen. Oh oh. Na, wie gut, dass ich da nicht runterfallen werde. Scheiße, da muss ich jetzt auch noch rüberspringen. Ah. Ah, sehr gut. Oh, ich glaub, den Raum kenn ich noch, da wo uns der... Herr Doktor, oh mal... Oha! Oh, 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 oh. Habt ihr das gesehen? Der Geist hat uns geholfen. So, und wo muss ich jetzt hin? Da ist eine Tür. Hallo, lass mich vorbei. Oh man, das kann doch nicht gut enden hier. Da ist irgendein kleines Lichtlein. Ach so, das ist ein Fenster. Oh man, Leute, ey, das ist... Das kommt hier bestimmt auch richtig grässlich rüber. Muss ich hier lang? Ne, von da komm ich doch, oder? Boah, meine Fresse. Also, den Geist folge ich jetzt. Nein, da will ich nicht lang. Was ist das denn hier? Warum zittert sie jetzt? Kann ich hier nicht dran? Boah, ich warte im Blut. Okay, hier ist also nichts mehr, so wie es aussieht. Oder? Ist hier noch irgendwie... Scheint nicht so. Ach, da ist ein Pfeil, okay. Das. Oh Gott, da kommt von was von... Oh, nee, ne? Ich muss da rein. Scheiße, habt ihr das gesehen? Oh nein, irgendwas zum Verstecken. Oh nein, irgendwas zum Verstecken. Oh man, ihr habt das doch gesehen, oder? Die sahen nicht nett aus. Da nackig. Oh, da sind die Nackten. Ich weiß, es waren nur zwei. Oh nein. Da war's rum, glaub ich, ne? Mann, ey. Oh ja, 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 ja. Okay, ich renne... Renne ich richtig? Oh, ich will hier raus. Da unten ist der Priester. Ja, du leuchtest auch richtig. Oh man, muss ich jetzt hier runter, oder wat? Ich bin doch hier, siehst du mich nicht? Oh, nee, ey. Oh nein. Verdammt. Och, nö. Ach, Batterie, jetzt lass mich doch in Ruhe. Hm. Ah, wie komm ich denn da hin? Komme ich da rüber, da hin? Oh. Ah, hier. Hallo, lass mich da hin. Äh. Ach, ich bin doch manchmal selten dämlich. Hörn, schnell die Tür zu, hier. Ah, gut, okay. Alles klar. Na, wenigstens ist hier nichts Böses oder sowas bisher. Oh nein. Nein, fang's auf, fang's auf. Ach, nein. Nein. Nein, 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 nein. Oh nein. Oh nein. Nein. Nein, ich sollte doch den... Oh nein. Jetzt muss ich da runter. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ich muss da runter. Da unten liegt er. Oh nein, das kann doch echt nicht mehr wahr sein. Ach, ich kann doch drüber springen. Mann. Ah, da komm ich raus. Okay. Oh Mann. Und wenn ich ein bisschen still bin, dann heißt das eigentlich nur, dass ich mich hier gerade konzentriere. Und gerade hoffend, dass ich nicht hier irgendwo weggepatscht werde. Oh, das sieht doch echt nicht toll aus, oder? Ist hier irgendwo mein Camcorder, aber das sieht echt nicht gut aus. Guckt euch das... Oh. Oh. Oh Mann. Der ist doch hier lang gelaufen. Wieso muss ich denn da lang... Ah, da! Oh, fuck! Oh, du heilige... Verdammte Seuche. Ach, meine Fresse. Der mich erschreckt. Oh. Hallo. Entschuldigung, ich wollte dich nicht schrönen. Habt ihr meinen Camcorder gesehen? Ich sehe hier fast gar nichts. Ach, Mann, Mann, Mann. Hat der mir einen Heidenschreck eingejagt. Da ist er. Oh Gott, ich möchte gar nicht wissen, wo ich gerade lang laufe. Nimmst dir. Nimm dir. Oh Mann, ey. Jetzt ist sie auch noch halb im Arsch. Ah! Ich finde den zweiten Stock ja super, ey, du. Ah! 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 Lasst mich in Ruhe! Yes, sir! Nein, ich öffne die Tür jetzt nicht. Kann man nicht wegschieben. Das Ding ist halb kaputt, kann das mal sein. Ach so, nee, ich muss ja auch die Batterie wechseln. Heidelwitzker, Herr Kapitän. Aber solange der nicht anfängt zu jammern. Ist das, denke ich, auch mal okay. Finde Vater Martin den Verwaltungsblock. Oh! Okay. Follow the blood. Oh Gott. Ja, das ist doch wieder klar, ne? Aber hier unten war der. Oh, hier darf ich aber wohl nicht runterspringen. Weil da falle ich sehr tief. Oh, da hab ich aber schweigen gehabt wahrscheinlich. Vater Martin! Oh ne, der wusste es gar nicht. Okay. Danke. Frau Freund. Jetzt macht er einfach zu und haut ab. Alles klar, Leute. Ihr wisst Bescheid. Und wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Wenn es dann wieder heißt Outlast. Bis dahin, euer Wobra. Ciao, ciao.